Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Das Kinojahr 2011 neigt sich dem Ende. Es weihnachtet schon sehr und es ist an der Zeit Rückschau zu halten und an die großen Momente in den Lichtspielhäusern zu erinnern. Aus den 120 Filmen, die mir in diesem Jahr Vergnügen, Glück und Einsicht, aber auch Ärger, Langeweile, manchmal gar Verdruss bereiteten, möchte ich Ihnen meine Zehn Liebsten vorstellen, in der Hoffnung, dass sie die Zeit überdauern werden wie das Immergrün des Tannenbaumes, das wir dieser Tage so gerne besingen. Ich hoffe, dies war für eine Weihnachtsansprache pathetisch genug. Reden wir ab sofort wieder Klartext. Wir werden verführt und können einfach nicht widerstehen. Wer manchmal nicht mehr weiß, warum er eigentlich ins Kino geht, dem sei dieser Film empfohlen. Der Platz 9 mit Burlesque wird einige verwundern und trotzdem ist es richtig. Denn gerade die Trotzdem-Haltung macht diese Revue mit Cher und Christina Aguilera liebenswert. Das Märchen von dem Mädchen, das aus der Provinz flieht, um in der Stadt ein Star zu werden, ist uralt und bleibt doch immer neu. Die meisten Musical-Filme waren in letzter Zeit mehr Persiflage oder pure Nostalgie. Sie alle sagten, wir brauchen ein bisschen Distanz, um uns diesen Spaß zu erlauben. Burlesque macht das Gegenteil. Hier gibt es keine ironische Brechung, hier nimmt sich das Genre nicht selbst auf die Schippe. Nein, Burlesque ist reinste Affirmation ohne die leiseste Spur von Kritik. Und, interessanterweise, ist das in unserem ironischen Zeitalter wirklich subversiv. Platz 8 geht an den deutschen Film »Schlafkrankheit« von Ulrich Köhler. Auf den ersten Blick seziert die Kamera die Motive eines deutschen Entwicklungshelfers in Kamerun und erörtert dabei die paradoxe Tragödie der Entwicklungshilfe überhaupt. Doch in weiten Teilen des Films sehen wir fast nichts. Es ist finster und das schwache Licht dient weniger der Erhellung als dem Werfen von mächtigen Schatten. Selten hat das visuelle Medium Film uns so eindrucksvoll das Nicht-Sehen-Können vorgeführt. Der Gang ins Kino kann wie ein Gang in die Fremde sein. Wie wir in »Schlafkrankheit« sehen, kann man dabei der Welt abhanden kommen. Auf Platz 7 ist das iranische Familiendrama »Nada und Simin – eine Trennung« von Asghar Fahadi, der auf der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde. Lassen Sie mich offen sein. Ich finde es reichlich albern, von europäischen Filmfestivals Filme aus diktatorisch geführten Staaten auszuzeichnen, um ein politisches Statement zu setzen. Diese Auszeichnungen sind scheinheilige Gewissensberuhigung einer westlichen Dekadenz. Nada und Simin aber hat jeden Preis verdient und ist kein gut gemeinter Problemfilm. Es ist die berührendste Familiengeschichte des Jahres, die mit großem Respekt religiöse wie säkulare Positionen behandelt. Der Film ist eine Tragödie mit Fallhöhe und seit Jahren wurde eine Ehescheidung nicht mehr so gebührend ernst genommen. Eine gute berlinale Entscheidung. Für Platz 6 werden Sie mich schelten. Und dennoch, der Film »Justin Bieber – Never Say Never« hat ihn verdient. Man kann und sollte vermutlich Justin Bieber und seine Musik für geschmacklos halten. Doch schaut man diese Doku auf einem abstrakten Level, dann sagt der Film unfreiwillig mehr über unsere Welt, die längst eine virtuelle ist, als David Fincher's »The Social Network«. Der Film erzählt das Ende des Kinos, obwohl er in 3D ist. Justin ist der Star des Internetzeitalters mit seinen ganz neuen Marketingstrategien. Der Kinofilm wird nur nachgeschaltet wie früher die Bettwäsche zu den Backstreet Boys. Versucht man auch noch so sehr, mit der 3D-Technik eine Kinorelevanz zu erzeugen, kommt der Film ohne Dutzende YouTube-Videos nicht aus. Das alte Medium, so leid es mir tut, hat hier verloren. Überdies zeigt die Dokumentation traurige Bilder vom Versuch, die im Schwinden begriffene Kindheit zu retten. Und sie zeigt Justin Bieber als ein unglaubliches Phänomen. Wenn er in einer Szene neben Miley Cyrus auftritt, ist plötzlich alles klar. Sie ist eine Tote, er ist wenigstens eine lebendige Marionette. Und was ist mit uns? Man kann sagen, versehentlich stellt der Film eine solche Frage, und gerade das macht ihn so besonders. Platz 5 kommt wieder etwas seriöser daher. Mit True Crit ist Ethan und Joel Cohn mehr als ein Western-Remake gelungen. In dem frühen Meisterwerk The Big Lebowski sagt am Ende ein Cowboy, »Tja, das war's dann so in etwa. Viel mehr gibt's nicht zu erzählen. Es war eine ziemlich gute Geschichte, findet ihr nicht auch?« Ich schätze, das ist genau die Art, wie das mit der ganzen verdammten menschlichen Komödie so abläuft. Eine Generation nach der anderen. Die Wagen ziehen nach Westen, sie fahren über den Sand der Zeit. Und True Crit erzählt jetzt wieder so eine Geschichte. Die Wagen fahren nach Westen, und vielleicht wollen uns die Cohns sagen, »Die Weltgeschichte ist auch nur ein Western. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen.« Auf Platz 4 brilliert noch einmal Keira Knightley. Sie, Cary Mulligan und Andrew Garfield spielen Klone in dem Science-Fiction-Film »Alles, was wir geben mussten« von Mark Romanek nach einem Roman von Katsuo Ishiguro. Die drei Klone wurden nur erzeugt, um Organe zu spenden. Der Film, der die Lakonie des Romans in Bildsprache übersetzt, ist vom Science-Fiction-Genre meilenweit entfernt. Er spielt in den 1970er Jahren. Die Klone sehen aus wie wir, ja sie sind wie wir. Und man fragt sich, ob die Zukunft nicht schon gegenwärtig ist. Hat unser Science-Fiction-Film mit den Möglichkeiten der Gentechnik, der PID und der kalkulierten Kinderwünsche nicht längst begonnen? Der Film lässt das offen. Er erinnert uns aber an die Seele im Menschen. Platz 3 geht an »Die Haut, in der ich wohne« von Pedro Almodóvar. In dem umfangreichen Gesamtwerk des spanischen Regisseurs ist dieser Film mit Antonio Banderas sicher der komplexeste. Der Stoff hätte anderen Filmemachern für zehn gute Filme ausgereicht, doch Almodóvar gelingt es tatsächlich, das Verhältnis von Regisseur, Schauspieler und Zuschauer zu erörtern, zu untersuchen, wie weit unser Begehren gehen kann, sich zur Gender-Theorie und einem radikalen Konstruktivismus zu positionieren, unterschiedliche Genres spannend zu vereinigen und dabei noch Bilder von bestechender Schönheit herzustellen. Ein unglaublicher Film. Auf Platz 2 ist Lars von Trias' filmische Offenbarung »Melancholia«. Warum lieben wir den Untergang der Welt so sehr? Woher diese Sehnsucht? Der Schriftsteller Hans-Erich Nossack gestand, dass er, als er im Zweiten Weltkrieg den Bombenangriff auf Hamburg beobachtete, sich nur eines wünschte, möge es recht schlimm werden. Dass das Schicksal ihm eine Entscheidung abnehmen könnte, verführte ihn zu diesem perversen Wunsch. Und diese dezisionistische Sehnsucht finden wir in Melancholia, wenn Kirsten Danz das Ende der Welt, losgelöst von allen Ängsten, erwartet. Lars von Trier plickt tief in unsere düsteren Seelen und macht daraus ganz große Kunst. Und auf Platz 1 ist der kanadische Newcomer-Regisseur Xavier Dolan. In diesem Jahr waren sein Debüt »I Killed My Mother« und sein zweiter Film »Herzensbrecher« in unseren Kinos zu sehen. Dolan, Jahrgang 1989, ist gleichzeitig in beiden Meisterwerken der Hauptdarsteller. Er zitiert nicht bloß die Großen des Autorenkinos, das kann schließlich jeder. Nein, Xavier Dolan hat Stil und was für einen. Hier hat jemand ein Gespür für umwerfende Ästhetik. »I Killed My Mother« über »Die Hassliebe von Mutter und Sohn« wirkt rau und ungeschliffen und zeugt doch von einer Weisheit, wie sie sonst nur bei Altmeistern zu finden ist. Der Film »Herzensbrecher« zwischen »Ménage à Trois« und »Amour Fou« angelegt« gibt dem Kino seine Sinnlichkeit zurück. Dolan fürchtet sich nicht wie seine Altersgenossen vor den großen Bildern, vor Pathos und Leidenschaft. Die Liebe, so zumindest der Wunsch dieser Filme, soll kein leerer Wahn sein. Und diesen Wunsch aufgreifend wünscht das Team der Filmanalyse allen eine gnadenreiche Weihnachtszeit und bedankt sich herzlich für Ihre Treue. Die Liebe, so zumindest der Wunsch dieser Filme, soll kein leerer Wahn sein. Die Liebe, so zumindest der Wunsch dieser Filme, soll kein leerer Wahn sein. Vielen Dank.